Und in den Kofferraum Kommen wir mal zur Tür So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Sleeping Dogs Und ich möchte jetzt mal hier unten hin Äh, machen wir Pannenhilfe und dann hier unten hin Wir brauchen aber Fahrzeug Lass uns schreien, den haben wir schon So Fils ordentlich fahren Nein, wir wollen keine Fischballs Wischbälle sind, ähm, wahnsinnig sehr beliebt Aber Weiß ich noch nicht Was brauchst du denn, Pippi? Mit meinem coolen Trianen-Outfit Wir vermieten Du siehst, meine Autos haben ein Problem und du siehst, wie du es kannst Ich bin jetzt bestimmt zu seinen Kumpels Was? Was? So, greif mich an So, wer ist als nächstes dran? Und Noch ein Kick in die Fresse Und Doppelkick Geile Kacke So Ja, ein bisschen Geld haben wir wieder gekriegt Ist ja nicht Ist denn die Pippi da noch irgendwo? Die müssen wir uns eigentlich noch holen So Und ins Wasser Und Schön, 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 schön Jetzt pisst das auch noch hier Und Hier vorbei, weil da unten müsste ja unser Auto noch stehen Theoretisch Was hat sie denn für ein Auto? Kann man damit fahren? Ne Ok, gut Dann geht's Hier unten runter 500 Meter 500 Meter 500 Meter 500 Meter 64 Meter 75 Meter die kommen jetzt darunter ganz entspannt auf der im spiel gewendet da müssen wir jetzt hier irgendwann links abgehen können und die schläge ausgeschlagen, wo ist er denn? also rückwärts slidet er extrem so komm her hier und in den kofferraum komm noch mal die Tür brauchst du noch irgendwas hier? nein 78 meter komm her, wie viel Glück ihr habt Räsur ok, da ist nicht lang dann können wir gleich mal ein bisschen rum gucken, ob wir hier noch irgendwas haben mit so einem Hühnerkampf da gehts hin zum Hühnerkampf komm mal los Züchter Chai Wen, Rassel, Siege 1, Siege 5 Road Island, Neckrumpf, ok mach mal los komm mal los kann man das hier auch nicht steuern? ne ah doch ok ok kein problem noch mal runter hey buddy, you want in? I got, I got best bird smart man, you will win na, da wollen los da müsste aber auch eigentlich mal einer erklären, wie die Odinu hier von dem scheiß Ding ist ja, er hat schon wieder verloren, ne, gewonnen also 3.000 Bargeld ok, eine Rolle machen wir noch hey buddy, you want in? hey buddy, you want in? this is meant to be I got best bird zurück my birds are our best nehmen wir den puh ich müsste eigentlich die bessere Kote geben so, dann mal los ich weiß gar nicht ob wir hier überhaupt Einfluss drauf nehmen können halt los, komm schon Jawollo Gut, gibt jetzt nicht unbedingt viel Kohle Okay Das war der Hahnkampf So, haben wir hier irgendwas noch Was hier Vielleicht eine Jade Statue die hier irgendwo versteckt ist Gucken wir hier rüber Wir laufen jetzt hier auf der Barriere nach Müssen wir jetzt hier irgendwo erst rausklettern Na so ne Kacke Da ist Gitter Da kommt er nicht hoch Hältst du mich hier verarschen jetzt sogar Gut, dann schwimmen wir hier mal rum Hast du kein Turbo Was denn das sieht aus wie ein Gefängnis hier So, komm Hier kann es aber rauf Dann könnten sie wenigstens hier noch irgendwo ein Versteckchen machen Oh, der wehrt sich ja So So, Telefon aufnehmen Geht nicht So und ich gehen wir auch von hinten ins Kreuz Halten Genick gebrochen Was ist denn das hier Alter, ein nettes Boot Unknöchel verstaucht Da kommen wir nicht rum Okay, wir essen mal einen Happen Wir essen mal einen Happen Warum hast du nicht eine Polkbun in der Hand In der Hand Servit So Komm, gib mir Futter Wisst ihr was Jungs? Ne, von dieser Seite Ich glaube ich gerade euer Auto So Und jetzt zumindest den Sound hat es einen guten Schön vorsichtig So und dann mal gucken was können wir denn hier noch machen Drogenrazzia Drogenrazzia Martial Arts North Point Und Tod durch 1000 Schnitte Ne, das wollen wir nicht machen Noch nicht Venge Okay, fahren wir dahin Und das ist ja noch in die falsche Richtung Also, so Gewendet Und hier rumgezogen So, Telegometen Drogenrazzia Das müssen wir eigentlich auch noch alle machen Ja, das geht ja relativ schnell Aber wir müssen das zwar hin Aktualisieren Aber wir könnten hier eigentlich schon alle knappen Ja egal, machen wir das Wir machen erstmal ein bisschen weiter mit der Story heute Ja, wo ist jetzt okay, wenn das Sport war Aber naja, fährt sich okay, ne Bisschen 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 Gebrechlich hier So Ups Die Bullen wieder So 149 Meter So Schon vorsichtig, Kollege hier Was ist passiert? Du hast es wirklich Wimstchen 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 Ich habe kurz gehört Ihr Mutter Sie ist Sie ist Ihr Wimstchen Sie sind Wimstchen 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 Ich habe einfach gehört Ihr Mutter Sie ist Wimstchen Wir haben Die Wimstchen Bevor er seine Trinkt geht zu diesem Ort, ist das wie er seine Geld macht. Ich will es auf der Grunde verbraten. Siwa läuft die Operation. Die Haumgatane in der Schallgrave. Ich bin der Schlag! Daoma! Winston, du bist sicher? Natürlich, ich bin sicher. Schau, was der Herrmann sagt, wenn er seine Warehouse fliegt? Er ist nicht so gut. Aber es ist nicht möglich, dass die Dörr-Güß von diesem Weg weggeht. So burn the warehouse, but take Sua alive, put him to work for you, and give the chairman a bigger cut than he was getting from Dog Eyes. Okay. Okay, okay, do it. Bring him alive. Right, boss. Get in. Hi, sweetie. Hi, sweetheart. Hi, what's up? Dog Eyes gotta know he fucked with the wrong people. Yeah, no kidding. We shot a gun. You're good with your hand, Shan? Let's see what you can do without iron. Look, hold on. We shouldn't go in shooting anywhere. There'll be workers in there. But we need Sua alive. He's worth a fortune. Oh, we're going in shooting. This is Dog Eyes biggest moneymaker. They're not gonna give it up without a fight. But you want me unarmed. You're the new guy. Once you're inside, find your own gun and use it. Believe me, you better have some bodies on you before the night is over. I want to see proof that you're not a cop. As far as I'm concerned, there's only one test that matters. So you want me to kill one of Dog Eyes drug dealers to prove it? Alright? It would be my pleasure. Alright, here's the plan. Go to the back door. I'll look around. You wait for my signal to attack. Okay, yeah. We're going to tell you. We're going to open it. Ah, yeah. Okay, let's go up here. Let's go up here. Warum konnte ich denn den anderen Typen vorhin nicht auswählen? Das verstehe ich immer nicht. I'm gonna kill one of the other characters. Also, immer gut. Immer noch, immer noch. Oh, das wird dein Hammer. So, Fertigungsanlagen und Ruhm hittend. Versuchen Sie bei dem Ring auf Griffe und bekämpfen Sie mit Trier und Schnee. Okay, voller die Waldfee. So, die nächsten hier. Was haben wir hier? Ja. Hallo? Hallo? Du kannst mich nicht erinnern. Geh zu mir. Geh zu mir. Geh zu mir. Outro